Die Fische! Da geht das Verrucker ab, da gibt es nur noch eins, Augen zu und durch! Augen zu und durch! Ich bin jetzt hier auf der Insel Pöhl mit 49, 80. Reifung, Polar! Sehr gute Leistung! Und da, es geht nur eine an! Sech zu stark! Die Fische! Die Fische! Die Fische! Leider beim Stab hat die Stelle nicht gereicht! Einmal für den Akku-Moderator, der Sunny Boy! Der Sunny Boy Mike Swerry! Die Russen kommen. Das hat keiner geschossen. Das war nichts anderes als eine Fehlzündung. Mike, was ist passiert? Aufstehung. Aufstehung. So, und dann ist der Taggeschlauch. Und das. Und die ganze Nacht. Es wird dunkel auf der Inselpöl. Michael. Hier steckt heute der Teufel drinne. Hier steckt heute. Hier steckt heute. Aber jetzt geht sie ganz gut um die Eddy. Das kann sie. Also, die 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 Der Laufall! Abfahrt runter, 69 Sekunden und hier kenne ich nichts anderes als ein Fohl-Pull. Die WM-80! Der Laufall ist 56.15.84! Oder wo der Laufallgrad ist, will ich von mir gar nicht haben, dass die Drehzahl erreicht ist, er gibt Gas. Eifel hatten wir gerade gesagt, ja, aber guck mal bitte, da fliegt man auch ganz deutlich, ja, Willi übt noch, Willi baut noch, er sammelt Erfahrungen, 4046. Eifel, 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 Eifel. Eifel, 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 Eifel. Eifel, Eifel, Eifel. Eifel, Eifel, Eifel. Eifel, Eifel, Eifel.